Sie sind alle verschwunden. Was heißt das? Die auf den Dächern waren, die im Auto saßen, alle weg. Semavi auch. Wer soll Semavi sein? Komm mir nicht mit diesem Schwachsinn. Wer ist Semavi? Er heißt Gökhan. Gökhan Shainolu. Genau so schleicht er sich in eure Gedanken. Unzählige von diesen Kerlen strömen hierher, verbreiten Chaos und verschwinden dann, ja? Und die Anwohner? Von denen ist keiner mehr hier. Also habt ihr die auch verloren. Du hattest eine Aufgabe und hast sie vermasselt. Jetzt können wir alle die Koffer packen und wer weiß in welche Provinz sie uns dann zur Strafe versetzen werden. Durchsucht jeden Winkel! Ganz Istanbul! Auch wenn sie sich in einem Ratenloch verstecken, findet ihr sie!